Moment, ich muss nur noch schnell was einstellen. Ach, und wieder minimiert. Ich bin in Körperklaus hoch 10. Twitch. Wie wisst ihr, ich mache sowas immer nicht vorher. Ich mache das immer erst, wenn ich angefangen habe zu streamen. Das ist der Weg. So. This is the way. Genau. So, Twitch-Stream ist an. Ah, Freunde. Ist nicht mehr unsere kleine Bruchbude wie beim letzten Mal. Oh, ich muss das essen. Wir haben uns einen fetten Knast. Ich muss auch schnell einen Rundgang machen. Wir haben uns hier einen schönen fetten Knast vereinnahmt. Was ist zugemacht hier? Mit schönen Trigger, du hast ein Licht angelassen. Ey, deine Batterie. Nein, die hält das aus. Haben wir ein bisschen mehr Platz als vorher. Ich habe auch wieder einen schönen Graben um das ganze Gefängnis gebaut. Von hier hinten kommt sie hoffentlich nicht, weil wir Zugrücker haben, wo man auch drüber fahren kann. Also egal. Vier fette Türme. Ich habe einen schönen Weihnachtsbaum, meinen Bergbau-Kart. Da bin ich sehr stolz drauf. Bevor ich jetzt hier weiter schwafle, ich muss mich dann nochmal nach oben begeben. Ja, wie seht ihr ja, unsere ganzen Werkbänke, alles ist alles hier. Wunderschön. Aber jetzt geht es gleich los. Mit dem nächsten. Wie ist denn da? Wie ist denn da? Wie ist denn schon da? 21,42, ja. Ja, das ist eine Horde. Mal gucken, ob es die Schutzzimmer-Ovilan sind. Gutes Timing. Doch, der eine war. Ich bin gespannt, das ist doch bestimmt wild. Na, ich gehe von vielen grünen aus. Ich auch, weil Tag 42. Naja, du triffst doch so schon sehr viele grüne überall. Ich stehe in den LKW, ne, das ist so ein Bus. Ja. Nur noch eine Minute, also ingame. Und los geht's. Prost, da kommen sie. Von rechts. Der erste ist in den Stacheln gespawnt. Und da kommt schon gar nichts. Ja, und ist schon tot. Da kommt schon der erste grüne. Alter, ein grüner, experimenteller Zombie. Oh nein. Gleich ein Explosivo. Mehrere. Oh nein. Oh nein. Wie gut das funktioniert, die fallen runter und gehen rum. Oh, einer ist durchgekommen. Wie ist denn der? Achso. Weil die fetten. Nein, aber die haben mich da noch mitgekriegt. Oh, wie ist der Sturm. Da kommt wieder ein Explosivo. Boah, der hat ein Legendary getroppt. Boah, der war da, der hat wohl nicht gekriegt. Ja. die würfel werden immer besser um mich selbst zu loben das klappt gerade zu gut wieso? was ist für die Kräder? noch ein legendary der nächste wieder was oh nein oh nein naja in der kurve aber jetzt kommen meine m60 richtig zur geltung ich lasse euch das mal hinten mal ich gucke mich um die kurve ich glaube ich gerade die schon alle die knarre noch noch warum schießen ja nicht die dinger nicht die haben wir es eben geballert nein die schrubflinten oder schießen die nicht nach unten das kostet money jetzt wie hebe ich eigentlich den automaten wie hebe ich das schütze eigentlich auch ich weiß leider nicht wie man die schifte aussieht die schrubflinten oder Das war's für heute. Ich weiß nicht, wie man schnupft wird und schnitzt dann mal wieder auf, wenn man hier rausgeht. Ich weiß nicht, wie 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 man hier rausgeht. Ich krieg's den nicht. Jetzt geht's. Ich weiß nicht, wie man hier rausgeht. 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 Scheißvieh. Warte, wie viel das mittlerweile schon sind. Hätte ich mit den Geschütztürmen noch nie fehlen. Irgendwie fehle ich jedes Mal in irgendeiner Art und Weise. Ach, wir haben viel gelernt. Das mache ich ja nicht, Junge. Du, nur holst deinen Ärger. Wo schlagen die denn gegen? Ach, das ist mir die. Ach. 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 Ich habe einen Rücken mehr. Du bist doch am ehemaligen zu einem Bombenwerfer Das ist ein bisschen angehalten, ja? Ja Wird das wirklich fettig? Das ist auch super Scheiße Gleich um vier, also nehmt ihr das mal? Wieder Woah Ist das noch ein Geier? Ne, doch da oben Gut gemacht Boah, hier fallen die Äh Gitter um die Luft durch den Die komischen Gitter hier Schmelzen hier weg Mit In Viere Parframe Was ist das? Oh, das war gut. Warten. Viele, viele Waffen. Viele, viele bunte Waffen. Alter, was die hier weggesprengt haben. Genau, die. Ne, die Granaten machen nichts kaputt. Auch die roten nicht. Zwei epische Loots hier. Irgendwann spannend, was du da drin hast. Mist. Was, echt? Äh, ja, ich weiß nicht, nimmt jemand ein Scharfschützengewehr. Marie? Ich bin gelb. Ja. Okay, den Drop kann ich nicht aufheben. Ich muss aber sagen, unsere Verteidigung hat dennoch wieder gehalten. Ja, wir stellen mal vor, das Ding wäre noch aus Beton. Ja. Und wir hätten noch ein paar richtige Geschütze. Ja, die wirklich schießen können. Ne. Na gut. Leute. So, liegt hier noch was? Das war Tag 42. Ich glaube, beim nächsten Mal müssen wir noch ein bisschen größere Schütze aufhören. Schützengewehr in gelb. Compound.